Der fährt mutig ein, oder? Er ist bei Bewusstsein, hat ganz kurz ausgesehen, als ob es ihn ausgenockt hätte. Und da geht, glaube ich, auch kein Airbag auf. Ah, das hat ein bisschen den Sturz von Eric Gay in Garmisch. Da hat er ganz kurz ausgesehen, der war auch kurz benommen. Gottlob schnell wieder da. Und jetzt die große Hoffnung, dass da vor allem an der Wirbelsäule alles in Ordnung ist. Das ist immer wichtig. Rückenschutz ja, aber das ist so ein heftiger Aufprall.